Traurige Nachrichten bei GZSZ-Star Jörn Schlöhnvogt. Er und seine Frau Hanna haben sich getrennt. Das bestätigte der Schauspieler Donnerstagabend gegenüber BILD. Wir können bestätigen, dass wir seit längerem kein Liebespaar mehr sind. Wie BILD weiterschreibt, sollen Jörn Schlöhnvogt und Hanna Weig schon seit einem Jahr getrennt sein, wohnen allerdings noch zusammen. Seit Dezember 2017 sind sie außerdem Eltern ihrer gemeinsamen Tochter Delia. Um Missverständnissen vorzubeugen, wir verstehen uns sehr gut und ziehen unser Kind gemeinsam groß. Wir bleiben sowohl freundschaftlich als auch geschäftlich miteinander verbunden. Noch im Oktober 2021 verriet der GZSZ-Star gegenüber Promiflash, dass er und Hanna noch ein zweites Kind planen. Jetzt ist alles aus und vorbei.